Cool gemacht, die neuen Sachen. Hier lernt man wirklich schon alles. Das komplette Tutorial-Paket. Was war der Kaukami? Der Kaukami ist ein Kaukami. Der Kaukami ist nur ein Kaukami. Dann ist es ein Kaukami? Genau. Ich war damals ein Kaukami. Und jetzt ist er auch ein Kaukami. Das war so. Das war so. Das heißt, ich darf auch als Anwalt immer noch arbeiten, weil ich noch eine Zulassung habe. Aber werde lieber mehr als Detektiv. Oh, ich bin auf dem Auto. Ich bin so gut, Kaukami. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut, Eure. Das ist so gut. Das kann ich? Kaukami. Hey, hör mal, Yuko. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht. Was ist das, was die Leute? Wer ist das, was die Leute? Und der Yuko? Ich bin so. Keiko. Was? 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 Were you? Yes, I was... The Japanese office at the K Maxi meeting on the KUSH. Was? Was that the family? No, it was... Was that the Sines of KUSH meeting? Yes, were you? You asked me if you wanted the name? Yeah, of course. Is that funny? Warum muss das unsere Madantin sein? Das ist sowas von peinlich. Aber teilweise ist in Lost Judgments auch doch ein bisschen der Spoiler zu Yakuza-Sie. Aber das ist kein richtiger Spoiler in dem Sinne, weil man ja am Anfang von Yakuza-Sieben auch denkt. Wie war es? Hast du noch einen neuen Kamo gesehen? Du hast es in Ordnung, oder? Nein, nein... Es ist nicht so... Es ist nicht so... Wenn du ein Mann in einer K.o. páche oder auch die Frau? Man kann was ein Gericht aufhören. Ich habe mich delinein, um es zu Hause und was dazu besser, ob man das für dich nicht mehr Jochen im Auto tut. Schade. Aber, der Mann, wenn der Mann hat, wenn der Mannk? Wenn der Mannk. kann das nicht tun? Ah? Das ist doch klar, das ist das aber... Du fassest, ich nehme das. Der merkt nicht, dass wir da sind. Oh, das ist gut. Was? Wer ist das? Denken Sie mich sehr, wenn ich mich daran erinnere. Ich bin nach dem, nach dem, nach dem. K.K.S. hat alles, mit dem Geld zu verdienen. Wow, das ist echt so... Was ist das? Aber ich glaube, Kou-Suke ist der Anfang gekommen. Keiko-San hat auch immer, kann man auch arbeiten. Das war so. Das war so. Ah, Keiko-San. Ich habe schon schon gearbeitet. Aber jetzt... Du bist wirklich... Ich habe schon wieder Sonntag im Haus. Gehen wir, Keiko-San. Morgen ist nämlich erst. Gehen wir, Keiko-San. Gehen wir, Keiko-San. Gehen wir, Keiko-San. Ich bin ein ganzes Mann, dass ich an einem Mitarbeiter für Kampuswärter in der Kampuswärter. Gennda. Was? Das ist ein Mann, oder? Ja. Die Kampuswärter sind jetzt auf dem Kampuswärter gekommen. Sie können gerne arbeiten, diese beiden. Das muss jetzt aber jetzt auch mittlerweile zwei Jahre her sein. Ja, jetzt bin ich. Ich habe gerade einen Ort geblieben. Eine lange Geschichte. So, ich könnte Sachen aufwerten. Warum kosten die so viel, obwohl, ja gut, man kriegt mehr SP als sonst. Schluckspecht. Meister der Täuschung. Kann ich noch nicht. Fünf Sekunden länger Zeit, sie wiederzufinden. Die sind doch jetzt schon bei 30 Sekunden. Und 30 Sekunden war das letzte. Im letzten Teil. Werte. Ex-Boost. Machen wir gleich mal einen Gesundheits-Boost. Damn. Bock-Sprung. Ja, da noch. Kannst du ja erzählen, während du hier sanft. Nee. Saori-san und Yoshino-kun sind nicht da. Ach, Saori heißt sie ja. Stimmt. Nicht Saeko, Saeko oder die andere. Vielleicht arbeiten sie ja in einem großen Fall. Kann ich hier auch raus? Ach so, Rede mit Genda. Wow. Ja, da noch. Wunderbar. 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 Was... Wunderbar. 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 Und das ist ein besonderes Begründnis. Ich denke, es ist ein besonderes Begründnis. Wenn man sich auf die TV-Bürohse macht, muss man in der Welt ein wenig interessiert sein. Das ist so ein山. Oh, das war so. Man hat sich die Leute auf die Internet verblicken. Man hat sich die Fahrt durchschaulassen. Das war so schwer. Weißt du, was, mit mir das Kultus? Wir haben heute den Kultus gehört. Das ist gut, oder? Es ist egal, wenn man es nicht beglemmt. Du bist nicht gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, den müssen sie verteidigen! Oh, wasser? Oh, wasser? Oh! Oh, wasser? Oh, das war. Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Das ist der Grund. Bitte bitte auf sich. Bitte, bitte. Ich möchte mich für die Arbeit für Saori. Ich möchte mich für einen schönen Ort zeigen. Aber Saori-Kunnen ist kein Problem für Saori-Kunnen. Das ist wahr, glaube ich. Und das ist eine große Herausforderung. Warum haben Sie hier geholfen? Ja. Es ist eigentlich eine andere Belegung. Sie hat mich über währenddessen. Das ist ja so ein Kind, der eine George-Sagüse, oder. Aber dann sehen Sie, wenn ich dich bl οι aus. Dann können Sie so auf Agenkriegen. Ja, ich bin nicht glücklich. ...wisch. Das ist alles zu verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Ja, ich habe wie ein Gericht mit einem Seid aus. Ah. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das Kussler nicht etwas bezes verletzt war. Es war ein paar Begriffe, aber ich hatte einen Begriffe. Insofern, der Herr Kastnerner Kastner vom Kastnerkasten, das war dann, dass der Kusslerkinderkosten aus dem Kastnerkasten gesagt hat, und die Frau von Saori, einen Katzen, aufzuhören. Das ist das ... Wissen Sie haben? Wir warten mal kurz, wenn die beiden kommen. Nein. Ich habe noch ein paar Kinder, die ich heute noch Zeit habe. Ich werde es um einen neuen Zufall zu bekommen. Ich werde es nicht so schnell auf die Leute geholfen. Ich werde es nicht so schnell machen. Ich werde es am lieben. Ich werde es sehr gerne machen. Ich werde es nicht so viel ab. Dann bitte ich mir von Keiko. Ich werde es dir beim Kajito haben. Ich war gerade bei den Namen verwirrt, und die heißen beide Shirousaki. Ich sage Hoshino. Oh, ist das Spiel lauter als ich? Nein, ich will nicht DLCs! Ich gehe zum Geier... Lautstärke des Controllers, was soll das? Warum kann man hier gar nicht einstellen? Ich beobachte das einfach, wenn die was sagen, wenn Action ist. Ich kann es nicht einstellen! Warum kann ich sowas nicht einstellen? Das sind komplett andere... Spaß, die Lautstärke für den Controller. Controller. Ja, ich benutze so wie es... Da kann ich es nämlich noch separat einstellen. Ich drehe einfach die Elgato ein bisschen runter. Ja, legen wir los! Wir Forsen. Jetzt geht es. Ok, ich brauche vor allem. Jetzt bin ich frei. Das ist hier. Das ist schon so. Das war das KC-Ko-Konferenz. Das war's. Ich bin jetzt hier. Was hast du gesagt, was du? Wir werden noch einen Bezug auf den KC-Konferenz. Ich bin mir nicht so. Ich bin nicht so. Wenn ich mich mit dem KC-Konferenz verletze, dann werde ich mich übernehmen. Ich bin nicht so. Das ist so, der KC-Konferenz. Ich bin so, dass ich dich nicht so. Ich werde es gut machen. Ja. Was ist das? Was ist das? Hm? Was ist das? In diesem Moment? Es ist so schön. Hey. Ich bin sehr froh. Ja, genau. Ich bin sehr froh. 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 Ja Koma? Äh, dann haben wir aber keinen, der mit uns arbeitet. Wen nutzen wir dann für solche Fähigkeiten? Das war unser Informant. Ich glaube, dass wir nicht wiedersehen können. Wie? Das ist schlecht. Ich werde das Thema etwas急. Ich werde das Thema überwenden. Was? Was? Ich werde das mit dem Schluss sprechen. Was? Was das? Ich werde dir das hier. Ich werde das mal. Dann geht's. Ich werde es jetzt mit. Das war's für heute. Wir werden ihn in Yakuza 8 wiedersehen. Ich wusste es nämlich. Ich habe gerade nachgeguckt. Yakuza 7 hat in Yokohama gespielt. Hör mal, hör mal. Na? Ich weiß nicht, Mogul. Ich glaube, das ist wirklich so eine Vorbereitung schon für den nächsten Teil. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist... Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mir den Geld von Kako zu vergeben. Ich habe auch den Geld zu vergeben. Ich habe auch hier ein Geld. Hahahaha ni year こっち も 好き な だけ 暴れ られ じゃ 分離ques な can Ähm... Ah... ...ちょっと待った JaGamish! O久しぶりですな! 先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですが あー着くも 今はちょっとタイミングが... やっぱり忙しかったんですね 杉浦氏からヤガミ氏にガチャ斬りされたと聞きまして 何か気を悪くされたのですか? 僕はもう心配で心配で ここは一つ改善を申し上げさせていただきたいと いやそんなの言って そういって 今やすみうらしと僕は同じ探偵事務所で働いている同僚です 働きのみが僕の意義に それが社会人の礼儀 人間としての常識 分かった じゃあ後で聞くから 後でと言うと こちらからかけなおつけでしょうか そしたらかいらかく何分後にかければいいか ああ、今までいらっしゃい あ、今までいらっしゃい Selbstverbesserung mit Skills Skills verbessern deinen Spielstil. Erweitere dein Arsenal an Angriffen und werde stärker, indem du das Pausenmenü aufrufst oder Skill-Up-App auswählst und neue Skills erlernst. Für jeden Skill sind SP-Skillpunkte hervorderlich. Weitere Infos blablabla. Habts schon. Ich kann halt da wirklich kein Angriff mitmachen. Ich kann halt nicht machen sehen, wie wir sie damit immer rüber aufbauen können. Das ist ja noch. Niemlich. Da war ich hier. Echt? Mach! Das sah schmerzhaft aus. Ich habe das Gefühl, mit dem Kämpfen ist es noch ein bisschen geschmeidiger geworden. Das sah schmerzhaft aus. 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 Das schmerzhaft aus. Das sah 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 schmerzhaft aus. Kampf bestimmte Bedingungen erfüllst, erhältst du Kampfbelohnungen, die dir über einem Sieg zusätzlich SP erhält. Also bringt das Kämpfen jetzt mehr? Ich fand die SP wirklich, ja so wie es aussieht, wenn man richtig gut kämpft, kriegt man ordentlich SP. Drücke in der Skill-App, um die Kampfbelohnungsliste anzuzeigen. Du kannst nach einem Kampf auch Dreieck drücken, um zu sehen, welche Kampfbelohnungen du erhalten hast. Ach komm, erfordern wir die gleich heraus. Ich würde mal sagen, ich speichere und dann war es das für heute. Und dann, ich würde mal sagen, wir können uns auf den Falle ein bisschen schießen, bis zum nächsten Mal. Dann schießen wir die ganze Zeit, bis zum nächsten Mal. Und dann schießen wir die ganze Zeit, bis zum nächsten Mal. Dann schießen wir die Zeit, bis zum nächsten Mal. Und dann schießen wir die Zeit, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.